Warte mal, da muss... Ey, bleib stehen! Bleib stehen! Okay, du kannst mich wieder im Friedhof abholen. Genau das hat dich vor. Wie ich mein ganzes Geld loswerde. Ich bin von Arm. Ach ja, dich kostet das ja Geld. Ja. Das ist ja keine Art Premium-Rechnung. BAM! Raid up, little bitch! Hahahaha! Verdammt! Okay, fast. Wie wir einfach nur Scheiße machen! Aua, mein Arsch brennt! Wie gay ich hier drauf sitze, ne? Das gibt's gar nicht. Wie du vibrierst. Haha, der Ulle fährt erst mal mit dem Strafenreinigungsding. War das mich gefesselt? Ja, wenn du dich jetzt auslockst, mach ich Screens, dann wirst du gebannt. Ja, Leute, fesselt der mich erst mal, ne? Oh, jetzt leckst du... Aaaaah, wenn sie leckt das jetzt... Aaaaah, Standbilder! Standbilder! Aaaaah! Jetzt machen wir perverse, äh, Aus-Peits-Spielchen, wo du die ganze Zeit weit, weit rauf gehst und so. Der fesselt mich einfach! Aaaaah! Ich hab vergessen, man darf nicht die ganze Zeit hoch... ...so, äh, hoch... ...so, äh, mit Hochstand fahren. Sonst wird man gekickt wegen, ähm... LOL, wie kacke die einfach sind. Also, wenn du die ganze... ...wenn du die ganze Zeit so fährst. So. Ah, okay. So mit Scheifen. Hey, du hast auch keine Waffe. Lass mal in diese Arena da! Da gibt's ganz Augen, muss ein Motor drum tuckeln, da, hier die... ...ja, ich bin, hä, ich bin auf dem Motorrad. Ich bin nicht. Na, also ich war, ich bin ganz auf dem Motorrad, du hast mir gefasst, ich kann ja... Nee, Server Close Will Connect, ah, ha, 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 ha! Lustig, lustig! Äh, steht und müssen so ein Wort. Ah, einfach mal geschlossen. Oh, ich mach mal kurz auf neun Pause. So. Ja, scheiße, aber... ...spontan ein Schloss mit dem Motorrad rennen zu fahren. Was machst du schon hier? Ach so, du bist auch genau schon, ja, ja. Ja, wo, äh, wo ist das Ziel oder so? Ja, ich zeig dir das gleich. Ja, macht die Musik aus! Kommst du her, wo du spielst? Oh, das gibt's doch nicht! Äh, 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 aus... durchsuchen... ...können Sinn dauern. ...können Sinn dauern. ...können Sinn dauern. ...können Sinn. Äh. Das machst du? Nicht zu, ach so, ich, äh, versuch grad meine eigene Musik... ...ach, ich sah einen zu spielen. Okay, es geht. Wo bist denn du? Ah, da. Also, komm mit. Ich bin eh viel besser im Motorrad, äh, fahren dazu. Ja, genau. Okay, diese Strecke einfach gerade weiter ausfahren, ähm, bis... ...dann kommt da so eine Schlaufe und dann endet die Straße. Okay, einfach dir nachfahren. Ja. Du könntest auch vorfahren, ich... ...du siehst dann einfach, wenn die Straße verhindert. Okay, drei... ...zwei... Also, wenn auf der Serveruhr 20.46.15 Sekunden steht. Wow! 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 Oh, scheiße, ich bin jetzt weitergefahren. Okay, du hast gewonnen. Jaaaa! Das war so lang, ey. Hahaha! Wo bist du hingefahren? Soll mich warm. Bist du ins Wasser geflogen? Ja. Wie geil! Ja, falsch reingegeben, ey. Ich lasse das, ich lasse das zu tun. So. Jetzt selber. Man weiß ja nie. Hm. Ja. Fahr mich mal zu mir nach Hause. Warte mal, ich muss halt mal eben Karte gucken. So. Ich sag dir, wo du lang kommst. Oder soll ich fahren? Nö. Okay, jetzt am Mats-Lager links. Hier links. Ja, ich muss wissen, was ein Mats-Lager ist. Ach so, genau. Ey, das ist doch für die, ähm, äh, für die Materialien, ne? Ja. Genau. Ja. Dieses Ding da hinter der Brücke. Mhm. So, jetzt rechts. Rechts, ja. Gas, Gas, Gas. Oh, du kommst ja nicht mal diesen Berg hier hoch. Ja, das ist nur, weil ich, das ist der Vorführeffekt, so. Jetzt, rechts. Links. Ja, links, ja. Ja, rechts geht gut, ja. Ja, gegen die Wand. Ist immer eine bediente Methode bei Frauen. Rechts? Hast du beim Krieg-Zuschauer? Nein, geradeaus. Ja. Ich glaub schon. Ein. Ne. Ja. Guck dir deine Freundin zu, geradeaus. Ab und zu. Das wird's nicht verraten, das Privat hier, das wissen wir alle nicht. Ach genau, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich. Ich bin voll nach vorne gerollt. Okay. Zwei Spackus, die ja voll im Aufnehmen sind nun total dumm. Haha. Du bist dumm, ich nicht. Ja, aber ich bin geil. Nein, das ist nicht. Na klar. An alle Leute da draußen, die Simons Videos gucken. Er ist der größte Schwachkopf, den es gibt. Aber ich bin... Nein. Nein, bist du nicht. Haha. Hätte sein können. Nein, hätte nicht sein können. So. Ja. Jetzt machen wir das Rennen doch. So. Bis zum Ende da. Weißt du? Scheiße. Bei 20 Minuten... Bei 20 Uhr 49 und 40 Sekunden. und das ist ja nicht mehr Pfiffe-Segänger. Wie du, wie du... Wie du aber mal Schweinehund bist? Ach du ziehst die Kopf in den... Ach du, du machst doch unten schweinehund. Du, Schweinehund. Bestimmigkeit 230. Reißig. Boah, nee, ey. Ich rieche nicht mehr, oder? Ah! Boah, wie weit hin ich bin! Uh, verdammt, 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 verdammt. Ja, okay, ich hab das Rennen schon entschieden. Wer weiter springen kann. Yeah! Oh, 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 haus, 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 haus. Wow, ich mach voll die Loopings! Wie viel nicht auf dem Motorrad? Oh, ey, das, ey, das soll's normal machen, ey, der Jump ist voll geil, wenn du da so, ey, Loopings machst und so. Ja, aber da braucht man nicht so viel Anlauf, wenn du nur den Jump machen willst. Fachen hat gesprochen. Puh, juh. Ja, fahr dagegen. Perfekt. Ach, aber wo bist denn du? Feste Rad wieder zurück? Ja. Ja, warte, ich komme mal. Ich bin hier hin. Ah, okay, ich dachte, du wärst schon ganz zurück. Hm. Aber jetzt erstmal gleichzeitig. Für die Loopings? Lass dann eben so ein, nebeneinander. Lass dann so nach ganz hinten ziehen, einfach so, äh, halt, den, so synchronen Looping halt, ne? Jo. 3, 2, 1, los. Ist zwar nicht synchron, aber kack drauf. Wie bist du so schnell, ey? Längst du die ganze Mindermars nach unten, oder so? Ich mach gar nichts. Voll auf die Fresse! Du musst den Kopf nach unten machen. Ja. Dann, äh, wirst du, warte, 30 Kameras schneller. Ach so, ich mach dir, äh, die ganze, den Kopf nach unten? Ne? Wie machst du denn das nach unten? Was machst du? Mit der Maus nach, äh, mit der Maus nach unten. Mit der Maus nach unten. Nein, ich, ich hab nichts mit der Maus zu tun. Sondern? Du hast ja die Pfeiltasten, mit denen du, äh, auch hier Looping und so machst, ne? Ja. Wenn, wenn du den nach vorne drückst, auf dem Bike, dann gehst du ja so hoch, ne? Ah! Ja. Na, und wenn du, ähm, den ganz durchspamst, äh, so richtiges, ähm, ja, ähm, Tastensmashing, ne? Ja, also Buttensmashing, dann, ähm, gehst du runter und dann bist du schneller. Wie darfst du die ganze Zeit nach oben und unten? Nein, die ganze Zeit nur nach unten. Also nach vorne. Das ist das ganze Buttensmashing. Also nicht, dass du vorne hoch gehst, sondern dass du hinten, äh, dass du vorne runter gehst. Also das ist so. Ja, genau. Ah, okay, ja. So. Okay. Ich hätte es beinahe geschafft. Ich bin schlecht. Wie lange nimmst du Schlauch? Pff, keine Ahnung. Ich habe ja wieder genug Speicher, 600, das muss reichen. Okay, dann nehmen wir jetzt zwei Stunden auf, ne? Ja, ich muss aber noch Hausaufgaben irgendwann machen. Egal. Oh, das werden viele Pfads, du. Mach ein, zwei Stunden, mach ich. Da brauchst du dann ein paar Tage, um den hoch zu nehmen. Ja, ich besplitte den nicht, ich lab doch nicht den ganzen Part hoch, ey. Warum nicht? Äh, nur so. Weil das bei meiner Internetleitung zehn Jahre gebraucht. Ja, wirklich. Was hast du momentan eigentlich für einen Beruf? Taxi. Hör mir nicht zu. Ja, ich habe gerade noch so gewechselt. Ja, habe ich eben gerade noch so gewechselt. Natürlich. Naja, habe ich nicht. Ich mache das noch dauernd. Ja, ich auch eigentlich, aber Taxifahrer gefällt mir ganz gut. Ja, das sind deine Kacke. Du, du brauchst ja zwei Stunden, um zu wechseln. Du bist wechseln in alle paar Minuten. Oha. Aaaaaautsch! Ich bin für mich gemobbt. Bist du mir hingefallen? Soll ich Aua, Aua mal pusten? Ja. Und dann schön. Okay, ich, 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 ich puste mal. Wieso schließe ich das Auto jetzt ab, bin ich? Ja. Komm, ich puste mal. Geh weg! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Na, kriegst du mich nicht? Na? Hier ist halt ein Futter. Waffen sind verboten. Und können Aua, Aua machen. Das ist nicht so schön. Hallo. Mein Motorrad qualmt schon. So macht's, ey.